Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zum nächsten Part mit The Witcher 3. So, jetzt geht es hier bei Yantra weiter. Dementsprechend gehe ich jetzt aber hin und nehme mir noch die vier letzten Fragezeichen unter die Lupe. Jetzt habe ich mich nach Yantra geportet, meine Güte. Ich wollte nicht nach Yantra, ich wollte ein zweiter. Zum Shuttle de Dril. Gedöns, dem da. Und dort Plötze rufen und dann nehmen wir zuerst mal das dann unter Lupe. Jetzt Plötze, komm schon, komm, 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 komm. Garoppiere, los meine Ross. So, was haben wir denn da? Einmal großer Bärbär. Hui, machte kaum Schaden. Gute Nacht, Bärbär. Ha, der bewachte Schatz war ja jetzt mickrig. Wirkensens Rezept hätten wir hier raus springen können. Naja, gut, was soll's. Hätten wir die Jägerhütte? Einmal. War hier oben nicht die Höhle gewesen für unseren Jadestein? Nein, hier ist ein Monsternest. Mit Äckern von Äckern. Die Neckar tauchen hier auf. Sie graben sich raus. So, einwandfrei. Die Neckarplage in der Umgebung ebenfalls erledigt. Jede Menge guter Mutergene noch eingesammelt. Auf die Plötze fertig los. Geht es wahrscheinlich da wieder zu einem Monsternest. Dann gibt's ja auch noch einen bewachten Schatz mit einem Ding, das ich nicht töten konnte. Banditenritter. Und dann gibt's ja auch noch die Plötze. 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 Und dann gibt's ja auch die Plötze. Und dann gibt's ja auch die Plötze. Was ist das Nealon? Hier! Hexer! Hexer! Na, wie lange soll ich noch warten? Los geht's los, Brüder! Und auseinandergeschlagen. Sehr guter Abschlusskill. Bericht eines Quartiermeisters. Bericht des Quartiermeisters vom 25. des laufenden Monats. Die Jagdgruppe ist heute in den Anliegen weiter aufgebrochen. Dort gibt es jede Menge Wild. Hat zwölf Rehe, acht Hirsche, 32 Hasen und sieben Wildschweine erlegt. Das Fleisch wurde gesäubert, gesalzt und zum Trocknen in die Sonne gelegt. Die Fälle wurden ins Lager bei Burg Zwutzda gebracht. Wovor wir uns hier verziehen, werden wir noch nach Vögeln jagen. Die Jäger haben Fasane, Wildenten und Rehpöne entdeckt. Hier gibt es wirklich von allem genug, also sollte Hunger diesen Winter kein Problem sein. Wichtig! Ein hiesiger Jäger, der sich uns als Gabelmatt vorstellte, kam ins Lager, hat uns ein Bärenfell verkauft. Bisschen Qualität. Hat versprochen, mit einem weiteren zurückzukommen. Sobald das passiert, werden wir ihn fesseln und seine Füße ins Feuer halten. Denn irgendwas an diesem Typen ist verdammt faul. Ah ja. So, dann hätten wir noch ein letztes Fragezeichen. Und den einen Schatz, den bewachten, den ich nicht kriegen konnte. Wegen verpackten Monster. Und zwar wäre das da unten das Fragezeichen. Ich hoffe, ich finde dieses Ding mit dem Monster nochmal. Es war irgendwo rechts. Naja. Mal gucken. Genau. Und damals konnte ich ja nicht zum Strand runter. Da hat mich ja die Zone geblockt. Und da hinten ist das Schiff. Da wären wir dann die Möglichkeit gehabt, hier rüber zu rennen. Und da gäbe es dann direkt einen versteckten Schatz. Und das ist alles zu verdenken. Zu einem versteckten Schatz gehören erstmal noch ein paar davon. Nach hoch? Last. Das ist nicht einmal los, aber wir haben dann auchburden gear과 viele Fehler der Grund stage sein. Und das nicht so viktige sind. le你們 elementos auf uns im Moment haben. Anson rumah. Ja. Ei ribe ich mir selber geword. Na komm schon. So, der versteckte Schatz ist jetzt hier drin, annehm ich an. Verschmutzte Notiz. Nur für HeyJ bestimmt. Bin am vereinbarten Ort angekommen, habe mich um die Ritter gekümmert. Ihr Boot versenkt. Doch der Anführer macht Ärger. Habe ihn in den Keller gesperrt, bis er sich beruhigt. Wir werden den Dreckskerl mit einer Fastenkur befügt. Kehren nach Novigrad zurück, sobald wir die Wahn bekommen haben. Top 2 zahlen. Aus der Schlüssel mit Blut geschriebener Brief. Brüder, ich schreibe euch nun mit meinem eigenen Blut, damit ihr wisst, welches Schicksal mir widerfahren ist. Ich folge dem Befehlend von M und reiste nach Novigrad, um neue Verräte aufzunehmen und unsere letzte Fistek-Lieferung zu verkaufen. Ich ließ meine Männer zusammen mit der Ware und dem Geld um. Auf unserem Boot zurück, während ich zur Strandhütte ging, um dort auf HeyJs Männer zu warten. Als sie weit nach Einport der Dunkelheit eintrafen, hatte einer von ihnen einen Leinsack auf dem Rücken. Der Sack enthielt jedoch nicht die versprochenen Novigrader Kronen, sondern die Köpfe meiner Männer. Die Halunken wollten wissen, wo sich das Fistek befinden würde, aber ich erzählte ihnen nur von der Kiste auf dem Schiff, diese Unentschlüsse niemals öffnen können. Meine Wahl, diesen vor meiner Gefangennahme in den Allerwertesten zu stecken, erwies ich als weise, denn sie suchten überall sonst danach. Dann verhörten sie mich aufs Härteste, doch ich verschwieg die Wahrheit. Stattdessen beharrte ich darauf, dass einer der auf dem Schiff getöteten Männer den Schlüssel besaß und ich nichts weiter als ein Unterhändler sei. Sie wollten mich auf der Stelle töten, doch er ein Führer hatte im letzten Moment eine andere Idee. Sie sperrten mich in diesem verfluchten Käfig ein, wo ich elendig verhoren und verdursten sollte. Am zweiten Tag meiner Gefangenschaft hörte ich die Schreie meiner Entführer. Ich weiß nicht, ob es real war oder ich es mir einbettet, doch es schien, als wären Ertrungen aus dem Wasser emporgestiegen, um die Hohenzwürme bei lebenden Umgeleibe zu verschlingen. Doch das Problem besteht nach wie vor, denn sie, die Hohenzwürme nicht mehr Ertrungen, haben mich so sicher eingesperrt, dass sie nicht weiß, wie ich entkommen soll. Ich habe jetzt sechs Tage hier verbracht. Nach dem dritten verspürte ich kein Hungergefühl mehr und meine Verdauung hat den Dienst eingestellt. Nun träumte ich nur noch von etwas Trinkbarem. Ich würde alles Gott der Welt für einen Schluck Wasser geben. Es könnte abgestanden und voller Larven sein, dennoch würde ich es gierig hinunterstürzen. Die letzten Tage habe ich meinen eigenen Urin gedrucken, doch den produziere ich nicht länger. Mir bleibt nichts mehr, nicht einmal die Hoffnung. Das Letzte, das mich bei Verstand bleiben lässt, ist die Aufgabe, euch diesen Brief zu schreiben. Lebt wohl. Oh Gott, der tut mir aber leid, der Junge. Das ist natürlich ein bitteres Ende. So, wo ist dieser andere Schatz? Jetzt hat Nebenquest, nee Schatzsuche, Schwert und Hunger. Da unten. Na, dann segeln wir mal dort kurz hin. Na komm schon, nimm Steuer auf. Du, 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 segeln, segeln, segeln. Habe ich nach Skellige schon lange nicht mehr gemacht. Und hier sieht es echt schön aus. Also so kann man echt nicht sagen, das Panorama alleine in The Witcher 3 lohnt sich allemal, das Spiel sich zu gönnen. So, und einmal Aussteigen bitte. Jetzt brauche ich für eutrunken unter Wasser tatsächlich mal ein bisschen mehr als einen Schuss. Auch nicht schlecht. Aber da, da ist die Kiste und mehr damit. Und dann. Und dann. Dann finden wir mit den Fragezeichen ja schon mal durch. Dann gucken wir noch kurz. Der letzte Punkt auf meiner Karte ist der hier. Zwischen Bogendorf und Garen anwesend, genau. Das war das Ding, was ich nicht wollte. Und danach geht es auch schon nach Yantra. Ich würde sagen, ich skipp den Part mal. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Bis dahin. Sayonara.